Ich vermisse ein Kätzchen. Wo ist dieses andere Kätzchen? Wally, weißt du, wo Wulmi ist? Hast du ihn gesehen? Weißt du, wo der ist? Ich weiß es auch nicht. Kushi, weißt du, wo Wulmi ist? Oh, schön. Schön. Hast du die ganze Couch versaut? Ich werde ihn jetzt mal draußen rufen gehen. Vielleicht kommt er ja. Wulmi! Wo bist du? Wulmi! Wo bist du? Wally, ich habe ihn nicht gefunden. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir ein bisschen Geduld haben, okay? Der kommt bestimmt gleich. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten ihn vielleicht locken mit den Hähnchenherzen. Wenn er das hört, dann kommt er vielleicht. Wulmi! Wenn er das hört, kommt er eigentlich. Wer ist denn da nach Hause gekommen? Der Wulmi ist nach Hause gekommen. Guck mal, was ich für dich habe. Guck mal. Deine Hähnchenlieblinge. Hier, mein Schatz. Lass dir schmecken. Lass dir schmecken. Guck mal. Vielen Dank.